HörbTV Ja und schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind bei unserem sensationellen Herbst-Sale 2024. Und heute in dieser Sendung haben wir wirklich ausgewählte Wärmeprodukte. Und gerade die Damenwelt wird uns dafür lieben, weil wir kuschelige Wärme in ihr Heim bringen, ohne dass man die Heizung laufend auf volle Pulle drehen muss. Von dem Moment weiß man ja auch nicht, wo das Wetter hin will. Tagsüber teilweise wunderschöner Sonnenschein und zweistellige Temperaturen. Nachts geht es knapp an den Gefrierpunkt und dann kann es abends oder morgens schon mal kalt sein. Wir haben die Lösung zu noch nie dagewesenen Preisen und Ingo hat wirklich viele, viele Wärmeartikel mitgebracht. Und ich glaube, Monika hat sich schon den ganzen Tag auf die Sendung gefreut. Ja, es ist natürlich an die Damenwelt, aber auch an die Herrenwelt und alle anderen auch, weil es ist einfach kalt. Bei mir, wenn ich abends zu mir nach Hause in die Wohnung komme, ist es bitter kalt. Ich habe die Heizung an, natürlich, aber trotzdem ist es noch sehr, sehr kalt. Und dann möchte man sich doch am liebsten irgendwo richtig schön warm einkuscheln. Und da habe ich als erstes hier diese Vlies-Kuscheldecke mitgebracht. Und das ist schon mal genial. Gucken Sie mal, Moni hat hier beide Ärmel noch frei. Ist das nicht super? Finde ich hervorragend, weil man kennt es sonst von anderen Decken. Wenn man dann zum Beispiel mal bei der Fernbedienung umschalten möchte, vielleicht auch was lesen möchte, Tee trinken, ganz einfach, dann wird irgendwie der Arm immer kalt. Hier haben wir schon mal zwei Ärmel. Finde ich schon mal sehr toll. Und was mir auch direkt auffällt, ist die Farbe. Also ich finde, die ist richtig schön. Also ich hoffe, die kommt genauso rüber. Ja, auf jeden Fall. Ich schaue gerade zu unserem Monitor. Sie sehen es genauso. Also ich finde die sehr beeindruckend, dieses Rot. Sieht richtig schick und elegant aus. Und vor allem ist die vernünftig dick. Es gibt ja diese ganz dünnen Vliesdecken da. Da kann man sich gleich ein T-Shirt umbinden. Schauen Sie das mal an hier. Wie kuschelig weich das ist und sieht dabei so elegant aus hier durch diese elegante rote Farbe. Beheizt ist sie sogar auch noch. Da vorne haben wir eine Tasche drin mit einem Heizelement. Und das macht die Sache natürlich noch mal interessanter. Man muss sich nicht erst aufwärmen. Man kann sich hier wärmen lassen von dieser Decke. Das Heizelement ist richtig klasse. Das hat auch noch drei verschiedene Heizstufen, mit der wir das dann auch automatisch einstellen können. Falls wir mal einschlafen, ist auch kein Problem. Nach 90 Minuten schaltet die sich automatisch aus. Richtig, richtig klasse Decke. Und die Größe ist auch beeindruckend hier. Das ist also wirklich riesengroß hier mit 1,35 Meter mal gut 1,80 Meter. Da kann man auch mal so zu zweit oder zu dritt mal so über das ganze Sofa das legen. Und dann eben diese kuschelige Wärme genießen. Und dann, was ich besonders cool finde, ich habe oft kalte Füße abends. Du wahrscheinlich auch. Ich auch, sehr, sehr oft. Eigentlich den ganzen Tag über. Ja. Und dann werde ich immer unangenehm. Weil wenn mir kalt ist und wenn ich Hunger habe, dann ist da nichts mit zu spaßen. Du hast eigentlich die wenigsten Gründe, dich zu beschweren. Du hast im Sommer gesagt, es ist auch heiß, ich freue mich auf den Winter, wenn man sich dann wieder einkuscheln kann. Ja, wenn man in so einer Decke sich einkuscheln kann, dann macht einem der Winter natürlich auch überhaupt nichts aus. Hier unten haben wir nämlich auch noch, da wollte ich eben drauf hinaus, hier so eine Fußtasche. Da kann man dann seine Füße auch noch mit reinkuscheln. Hier haben wir eine extra Tasche für die Füße. Weil das ist immer blöd, wenn man irgendwie sitzt, da muss man mal sehen, dass die Decke auch noch über die Füße rüber geht. Hier kann man die ganz einfach mit in die Decke stecken. Ich finde das so genial. Vor allem, was mich so umhaut, ist echt das Material, dass sich das so schön anfühlt und so warm, weich und kuschelig ist dabei. Ja, das ist wirklich richtig angenehm. Ich wünsche, Sie könnten das auch fühlen. Das ist eine richtig tolle Decke mit Ärmeln, mit Heizfunktion, die Sie auch noch zuschalten können. Und das wird dann richtig schnell auch warm mit Fußtasche und eben auch diese richtig tolle Farbe. Also da sollten Sie jetzt richtig schnell sein, gerade auch hier zu unserem TV-Sonderpreis. Das ist der Wahnsinn. Ich frage mich immer, wie wir das machen, weil das sind ja eigentlich Artikel, die jetzt in der kalten Jahreszeit eigentlich steigen sollten vom Preis. Sie sparen hier bei uns natürlich ordentlich in unserem Herbstzell. Herbstzell. Und bei Pöll.de wären wir dabei 34 Euro. Und jetzt schauen Sie sich mal Ihren TV-Sonderpreis an. Unter 20 Euro bei dieser tollen Decke 19,99 Euro. Also da kann man ja gar nicht anders als jetzt direkt zum Hörer greifen und bestellen. Das ist eine super Sache, eine tolle Geschenkidee, vielleicht auch einfach, aber auch mal selber behalten. Ja, definitiv selber behalten auch. Sie können ja mehrfach bestellen. Denken Sie daran, wir haben immer nur ein kleines Kontingent bei uns im Herbstzell. Und viele, viele Artikel, die wir bei uns im Herbstzell hatten, sind auch sehr schnell ausverkauft gewesen. Klar, bei den Preisen, Sie sparen hier 15 Euro im Vergleich zu Pöll.de, da können Sie sich jetzt diese wunderbare Decke holen für nur 19,99 Euro. Da würde ich mal direkt zuschlagen, also Sie werden diese Decke lieben, Ihr Partner wird diese Decke lieben, Ihre Kinder alle werden diese Decke lieben mit dieser vielen Funktionsvielfalt. Wir haben noch eine andere Decke mitgebracht, da sitzt du schon drauf. Ja, die präsentieren wir Ihnen natürlich jetzt auch. Du bekommst erst mal diese wunderschöne Decke. Ja. Und ich sitze schon drauf und das ist schon richtig, richtig angenehm, weil hier haben wir auch eine richtig tolle Decke, die ist auch riesengroß und ich finde auch die Farbe richtig toll. Aber das ist nicht einfach nur, hallo, das ist nicht einfach nur eine ganz normale Decke. Die hat auch wieder die Heizfunktion, das finde ich richtig klasse. Also es ist eine Webpelz-Heizdecke, das ist wirklich was ganz Besonderes. Dieser Webpelz ist so dickes, kuscheliges Material, da kann man sich also wie in so ein Plüschtier einhöhlen, kann man fast schon sagen. Auch hier eine sehr, sehr elegante Farbe und diesen Webpelz glänzt das auch noch so und wirft diese interessanten Schatten rein. Die ist 1,80 Meter mal 2 Meter, boah, das ist schon mal eine ordentliche Größe. Kann man auch mal so als Sofaüberwurf oder Bettüberwurf nehmen. Zum Bettvorwärmen. Zum Bettvorwärmen, das ist nämlich eine Heizdecke, unglaublich, ne? Ja. Meint man gar nicht, wenn man die sich so anfasst, ne? Ich kenne das von meiner Oma, die hatte früher auch so eine Heizdecke, das war so ein, ja das war ja fast schon eine Betonplatte, also richtig dick und steif. Hier merkt man die Drähte überhaupt gar nicht. Und ich muss eine Sache noch sagen, viele bei uns hier im Betrieb haben diese Decke zu Hause, zum Beispiel du, Ralf, ne? Ja, natürlich und wirklich, du kannst das Kabel jederzeit abziehen, die ist als Kuscheldecke schon wirklich toll, aber wenn man dann das Kabel dran macht und die Wärme zuschaltet, man möchte nicht mehr drunter vor. Das kann sogar ich als Mann sagen und ich kann Ihnen auch sagen, jeder, der bei mir zu Gast ist, diese Decke einmal ausprobiert hat, will sie. Letzte Woche erst war ich auf einem 60. Geburtstag eingeladen und eines der Geburtstagsgeschenke war genau diese Decke und sie hat sich gefreut wie ein Schneekönig, weil wer es einmal gefühlt hat und einmal gemerkt hat, der will sie wieder. Aber zu diesem Preis ist das eigentlich ausgeschlossen, weil da passt auch noch, wenn es sein muss, die ganze Familie drunter, die ist XXL groß. Und wir schauen mal gemeinsam auf Perl.de auf den regulären, schon günstigen Preis, der liegt hier bei knapp 79 Euro, ihr Preis hier und heute und auch hier müssen wir wieder sagen, nur solange der Vorrat reicht, 39,99 Euro. Du hast gesagt mehrere, bei Diana weiß ich es auch und wer jetzt denkt, das wäre ein Winterprodukt, nein, ich habe diese Decke wirklich und das ist wahr, das kann jeder kontrollieren, das ganze Jahr auch bei mir auf dem Sofa. Also im Sommer kann man auch mal kuscheln, dann halt ohne Heizfunktion, das Kabel ist abnehmbar, die ist ja auch waschbar und wenn es dann richtig kalt wird oder wenn ich mal erkältet bin, dann schalte ich auch mal die Wärmefunktion zu oder wenn eine meiner Töchter oder Schwiegertöchter zu Besuch kommt, dann ist diese Decke immer komplett unter Beschlag und zwar wirklich rund um die Uhr, weil die auch abends dann mit ins Bett genommen wird. Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles, edles Produkt hier. Du hast es schon gesagt, obwohl die hier elektrisch ist und man hier diese Drähte überhaupt nicht merkt, die sind ja hier im Wehpelz mit drin, kann man das hier ganz einfach die Stromversorgung abmachen und dann kann man die ganz normal in die Waschmaschine stecken. Das ist das Besondere hier eben auch noch dran, obwohl es eine elektrische Heizdecke ist, kann ich die in die Waschmaschine tun. Also es ist wirklich eine Universaldecke, die Ihnen hilft eben abends schön sich einzukuscheln. Wir arbeiten den ganzen Tag und dann gehen wir nach draußen, fahren im Auto nach Hause oder auf dem Fahrrad oder gehen zu Fuß und dann wollen wir doch im Dunkeln dann uns auch richtig schön gemütlich machen, vielleicht ein Buch nehmen, vielleicht eine CD hören, ganz einfach Zeit auch mit der Familie verbringen und hier kann man das wirklich sehr, sehr komfortabel machen. Gerade diese Wehpelzdecke hier zu diesem Preis ist unerhört. Die kosten normalerweise so knapp an die 100 Euro hier bei uns. Wirklich ein ganz fantastischer Preis für Sie heute, den Sie eben einmalig nutzen können hier bei uns im Herbstsail. Normal der Herbstsail ist eine sehr begrenzte Aktion, so eine hatten wir noch nie und gerade jetzt so, wo es eben auch schon so kalt ist. Heute Morgen waren es zwei Grad bei mir, nicht in der Wohnung zum Glück, aber draußen. Gott sei Dank. Ich bin ins Auto eingestiegen und es steht in der Garage und es war trotzdem zwei Grad. Das ist schon frisch. Ingo ist übrigens auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Jetzt wieder auf andere Seite ein Freund von mir, war mit seiner Freundin vor zwei Jahren auch mal bei mir und sie hat die Decke ausprobiert und hat dann gesagt, will ich auch und letztes Jahr zu Weihnachten hat sie die Geschenk bekommen, hat sie auch riesig gefreut und auch dort ist sie fast täglich in Gebrauch. Also es ist etwas, was täglich genutzt wird und was auf jeden Fall auch als Geschenk ein Volltreffer ist. Heute zu einem wirklich unglaublich günstigen Preis im Herbstsail, nur solange der Vorrat reicht, 39,99 Euro. Die Bestellnummer hier ist die NX7453 und die 5690. Ich kann wirklich jedem nur raten, der zumindest ein weibliches Mitglied in der Familie hat, diese Decke zu kaufen. Aber Monika hat vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Kalte Füße und Hunger. Ganz schlimm. Gegen den Hunger können wir hier jetzt nichts machen, aber gegen die kalten Füße hat uns irgendwo was mitgebracht. Ja, ich finde das genial. Das ist eine Fußbodenheizung, kann man ja fast schon sagen. Das ist eine beheizbare Matte, die haben wir hier mal auf den Boden gelegt für Moni. Die heizt richtig auf und dann sind kalte Füße ein Ding der Vergangenheit. Also wirklich sehr, sehr praktisch, sehr, sehr einfach zu bedienen natürlich auch hier. Die ist so 1,05 Meter mal 55 Zentimeter groß, also auch eine ordentliche Fläche. Vielleicht auch für Kinder, wenn die die lieben, ist ja auf dem Fußboden zu spielen. Stimmt, man kann sich da ja auch draufsetzen. Ich glaube auch für kleine Hunde oder generell für Hunde, für Katzen. Ich weiß, dass mein Hund sich auch immer auf meine Wärmflasche drauflegt. Die mögen das auch und man kann sich natürlich da auch draufsetzen. Also richtig, richtig klasse. Schauen Sie mal, so können Sie das auch haben und frieren dann nicht auf dem kalten Boden. Herrlich. Ich habe bei mir im Flur, habe ich hier in Dassel in meiner Wohnung Fliesen. Die sind immer eisekalt. Man möchte sich gar nicht barfuß darauf bewegen, aber hier kann man das eben machen. Auch unterm Schreibtisch. Unter dem Schreibtisch. Ich weiß, es sind gerade auch viele im Homeoffice immer und da ist es auch einfach so kalt. Auch alleine bei uns in der Maske. Wir haben ja auch alle irgendwelche Heizfunktionen hier bei uns in der Maske aufgestellt. Heizgeräte und ich finde das wirklich beeindruckend. Und gerade auch, wenn man vielleicht kleine Kinder hat, das ist ja dann auch immer so eine Sache. Die sollen ja auch nicht auf dem kalten Boden spielen. Also es ist wirklich super, gerade auch von der Größe. Sie sehen schon, ich passe ja auch ganz drauf. Also es ist gar kein Problem und für die Füße halt hervorragend warm. Ja, ich denke auch mal gerade so abends beim Fernsehen, wenn man so zu zweit, zu dritt auf dem Sofa sitzt, kann man die einfach mal runterstellen. Spiele Abend, frieren auch alle irgendwann an den Füßen gerade. Man hat ja kaum noch Teppichboden heute und die wenigsten Leute haben Fußbodenheizung. Das heißt, man hat immer kaltes Laminat, kalte Fliesen, kaltes Parkett. Hiermit kann man wirklich für Wärme sorgen. Sieht optisch natürlich auch so aus, dass es also sieht aus wie so ein schöner Dielenboden. Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und auch das haben wir heute wirklich zum Herbstsailpreis, wo Sie jede Menge Geld sparen. Hier sogar über 50 Prozent bei uns im Herbstsail. Auch wieder so ein praktisches Heizelement, was Ihnen es eben ermöglicht, dann eben nicht mehr zu frieren. Hier sehen wir es mal am Schreibtisch auch. Am Schreibtisch, Ingo, ich könnte mir auch vorstellen, im einen oder anderen Verkaufsstand oder sogar auf dem Markt am Samstag, das einfach mal hinzulegen. Weil ich weiß, dass da jetzt gerade auch im Winter die Verkäufer sehr leiden mit ihren kalten Füßen, sowas unten hinlegen für wenig Geld. Also das ist genial. Ich denke überall. Viele haben den Komfort zu Hause oder einige haben den Komfort einer Fußbodenheizung und können das auch schätzen. Aber hier hast du jetzt im Prinzip eine Fußbodenheizung, die du überall ohne Aufwand installieren kannst. Ja, ich weiß, mein Bruder, der hat Fußbodenheizung und gerade wenn man so zusammensitzt und auf dem Boden dann irgendwie was machen will mit den Kleinen, dann ist das immer sehr, sehr angenehm. Man möchte überhaupt nicht mehr aufstehen, gerade wenn so ein warmer Fußboden ist. Hast du Fußbodenheizung? Das ist herrlich, ne? Jetzt in der neuen Wohnung habe ich auch Fußbodenheizung. Das ist einfach wirklich fantastisch, gerade auch im Badezimmer, wenn wir dann aus der Dusche kommen, da ist ja auch meistens kalt. Aber hier können Sie sich quasi auch einfach Ihre eigene Fußbodenheizung nach Hause bestellen. Die können Sie überall verwenden, wo Sie einfach wollen, egal ob es unterm Schreibtisch ist, vielleicht auch einfach im Badezimmer, wenn man aus der kalten Dusche kommt. Und das ist wirklich richtig toll warm und ich finde auch die Optik sieht richtig schön aus hier, die Farbe von dieser Fußmatte. Und die wird auch richtig schnell warm. Wir haben verschiedene Haltstufen mit dabei, können Sie einstellen mit so einem praktischen Rädchen. Also das ist wirklich hier eine richtig tolle Sache. Ja, das hat hier so eine kleine Fernbedienung mit dran an dieser Matte. Und da können Sie stufenlos die Temperatur einstellen bis zu 60 Grad. Also wirklich sehr, sehr einfach. 60 Grad. Ja, wenn es draußen 2 Grad sind, dann sind 60 Grad schon ganz angenehm. Hier sehen wir das. Und hier an dem Rad können Sie ganz problemlos, stufenlos Ihre Wunschtemperatur einstellen. Ich habe gesagt, Sie sparen über 50 Prozent. Das schauen wir uns jetzt mal eben an bei Pearl.de. Ja, und da sehen wir, wir wären bei Pearl.de bei 63 Euro dort schon als Preis-Hit. Und Ihr TV-Sonderpreis liegt hier bei gerade mal 29,99 Euro. Und ich finde, die sollte man auf jeden Fall zu Hause haben. Also seien Sie auch hier wieder schnell beim Bestellen, denn es gibt immer irgendwelche Orte, wo es eben kalt ist. Aber, was Ralf gesagt hat, gerade eben auch mal zum Mitnehmen, gerade wenn man irgendwie so Verkaufsstände hat, das ist ja wirklich richtig kalt draußen. Also auch natürlich für unterwegs eine super Sache. Deshalb hier direkt bestellen mit der NX 37, 97 und der 569. Und jetzt kommen wir zu einem Highlight-Produkt, was wir bei uns auch in der Maske haben. Ja, Ihr habt das, glaube ich, alle bei Euch unterm Schreibtisch stehen. Das hier ist, wie heißt es, ein faltbares Fern-Infrarot-Heizpanel. Klingt sehr, sehr kompliziert. Was das macht hier, das können Sie auseinanderfalten. Ich mach das mal eben. Haben Sie eine riesengroße Fläche. Und jetzt sagen wir mal, Moni, so wie Du bei Dir in der Garderobe sitzt, würden wir das hier ganz einfach dann vor Dich stellen auf dem Boden. Und dann kommt da aus diesen Infrarot-Heizpanels kommen Infrarotstrahlen raus, die Sie wärmen. Infrarotwärme ist was ganz, ganz Angenehmes. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie draußen sind im Winter, wenn es richtig kalt ist, aber die Sonne scheint so auf Ihrer Haut, dann ist Ihnen trotzdem hier warm auf der Haut. Das ist diese Infrarotwärme. Die kommt hier raus, also sehr, sehr angenehme Wärme. Die ist nicht dazu da, jetzt Räume zu heizen, sondern nur das, was direkt davor ist. Und wenn man das so unter den Tisch stellt vor sich, ist das unglaublich angenehm. Vor allem, es wird auch so durch und durch gewärmt. Es ist also nicht so wie ein Heizlüfter, wo man eine ganze Weile davor sitzen muss, bis die Hände und die Füße wieder warm sind. Hier, das strahlt eben diese Infrarotwärme, Tiefenwärme sagt man auch, die das dann eben sehr, sehr angenehm macht. Hier also wirklich sehr, sehr cool. Und wenn die zusammengefaltet ist, ist sie nur 35 mal 55 Zentimeter. Sie sehen, das ist auseinandergefaltet. Hier über einen Meter haben Sie dann Fläche. Und dadurch, dass wir das hier eben auch von verschiedenen Seiten, die Infrarotwärme kriegen, können Sie davon ausgehen, dass Ihnen ruckzuck warm ist. Und dann haben Sie eben auch diese wohlige Wärme. Auch hier kann man natürlich stufenlos die Temperatur einstellen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, diese Infrarotwärme, weil die eben, ja, direkt auf Sie drauf geht. Das heizt also nicht die Luft, sondern heizt Sie, wenn Sie davor sitzen. Und so einfach und klein kann man das mal eben neben dem Sofa stellen. Wenn einem dann kalt ist, macht man es einfach an und hat dann da diese angenehme Wärme. Ihr habt das, ich weiß, ihr habt das alle vier, habt ihr das bei euch unterm Schreibtisch stehen. Ja, weil wir meistens ja auch immer offene Schuhe hier anhaben und das ist dann einfach extrem kalt. Aber auch generell, weil man einfach in Socken ist. Wir sind jetzt im Winter angekommen, da muss man einfach für Wärme sorgen. Und ich finde, gerade wenn die Füße und die Beine warm sind, dann wird irgendwie auch der ganze Körper schneller warm. Und gerade auch die Infrarotwärme, das ist so angenehm. Das ist einfach richtig toll. Das geht durch den Körper durch und gerade hier wird man dann auch von drei Seiten gewärmt. Also ich kann Ihnen das echt nur empfehlen. Ich könnte mir das sogar bei spielenden Kindern vorstellen. Wir hatten vorhin von der Fußbodenheizung, wenn gerade Kleinkinder auf dem Boden spielen, ist ja Wärme wichtig. Und man kennt das von Wickeltischen, da sind oftmals Infrarotstrahler über Wickeltischen installiert. Warum? Weil die Wärme so angenehm ist. So was umspielende, noch vorspielende Kinder mal installieren, auch warm. Aber ich kann das nur bestätigen, was beide schon gesagt haben. Jede unserer Damen hat genau so ein faltbares Infrarotpanel unterm Schreibtisch. Und das ist Gold wert. Okay, ihr tragt meistens Röcke, dann sind jetzt die Beine noch frei, egal ob Strumpfhose oder nicht. Da gibt es halt mal kalte Beine, kalte Füße. Und das hier ist wirklich perfekt. Zu, wie ich finde, auch einem perfekten Preis. Denn hier sind wir gerade mal bei 39,99 Euro. Und wenn man es nicht braucht, du hast es gerade gezeigt, zusammenfalten und wegstellen. Also da braucht man auch nicht viel Platz. Aber Sie brauchen natürlich einen schnellen Zeigefinger, glaube ich, am Telefon, weil hier wird die Nachfrage auch wieder ruckzuck und riesengroß sein. Sie sehen bei Pearl.de knapp 77 Euro, was schon ein wirklich sehr, sehr guter Preis ist. Aber hier und heute im Herbst Sale 39,99 Euro. Und die Bestellnummer für das faltbare Infrarotpanel ist die NX 4875 und natürlich die 569 am Ende. Und Homeoffice hatten wir allgemein, wenn dir am Sofa kalt ist, die Spielecke. Ich glaube, sowas kannst du überall mal kurz aufschlagen und dich eben wieder tiefenwärmen lassen, zumindest den Fuß- und Beinbereich. Ja, vor allem der Riesenvorteil im Vergleich zu einem Heizlüfter ist einmal natürlich die Infrarotwärme, die gleich durch und durch geht. Aber du hast hier auch kein Gebläse, du hast keine heißen Drähte irgendwo. Die wärmt wirklich sehr, sehr angenehm und ist, wie gesagt, ruckzuck zusammengefaltet und irgendwo neben dem Sofa, unter dem Sofa, hinter dem Sofa untergebracht. Und wenn die dann kalt ist, holen sie es einfach raus, scheinen die kurz ein. Die braucht auch nicht viel Strom. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Ich kann es verstehen, warum ihr die alle habt. Wir haben hier ja keinen Einfluss auf die gesamte Temperatur. Und wenn einem dann kalt ist, kann man sich hier eben schnell mal Abhilfe schaffen. Wem hast du die eigentlich gerade geklaut? Unter meinem Schreibtisch gibst du. Ich nehme sie wieder mit. Ich bin mir sicher, da steht sie wieder unter dem Schreibtisch, wo er sie weggeholt hat. Die Bestellnummer nochmal, die NX 4875 und die 569. Der Preis 39,99 Euro. So, und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was bei mir derzeit tagtäglich im Bad zum Einsatz kommt. Eine wunderschön wärmende Infrarotheizsäule. Ja, die steht da neben Moni. Auch das ist natürlich wieder der Hammer. Das ist eine Infrarotheizsäule. Das heißt, auch da haben sie wieder diese, ja ich sag mal, diese Tiefenwärme. Dass sie also sofort gewärmt werden. Und nicht nur jetzt von außen nach innen, sondern wirklich von Anfang an durch und durch. Sie sehen das, die ist sehr schick, sehr elegant, nimmt also dadurch nicht viel Platz weg. Sie sehen, da sind diese Heizstäbe da drin. Das ist diese Infrarotstäbe. Das ist alles gesichert durch so ein Gitter. Das heißt, da kann man sich also auch nicht dran verbrennen. Und wir haben eine Oszillation dabei. Da kann man also wirklich mal, ja, wenn man das vor das Sofa stellt, die ganze Gesellschaft auf dem Sofa in einem durchwärmen. Sehr, sehr cool gemacht. Wie gesagt, nimmt nicht viel Platz weg. Wir haben sogar, wenn mal irgendwas passieren sollte, man stolpert über das Kabel, man rempelt mal dagegen. Wenn das umkippt, schaltet die sich automatisch aus. Ja. Finde ich immer ganz, ganz wichtig. Das Ganze hier eben auch, wie gesagt, diese Infrarotwärme, diese Tiefenwärme. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn Sie vom Spazieren gehen oder vom Fahrradfahren nach drinnen kommen und so richtig durchgefroren sind, dann dauert das immer eine ganze Weile, bis man seine Finger wieder bewegen kann, bis man seine Beine wieder bewegen kann. Hier diese Infrarot-Tiefenwärme, die geht direkt in die Tiefe und macht dadurch eben hier, besorgt für schnelles Wohlbefinden und Sie fühlen sich wieder ruckzuck aufgewärmt. Das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Wärme, die wir hier haben. Können auch noch in zwei verschiedenen Stufen die stellen, also je nachdem, wie warm Sie die Luft haben wollen. Aber ich finde das wirklich klasse. Und Reif, du hast gesagt, du hast das täglich in Gebrauch. Ja, bei mir steht sie im Bad, wirklich, weil ein Bad ist zwar auf einer Grundtemperatur geheizt, klar, aber wenn man morgens, ihr wisst das selber, aus der Dusche rauskontriert man. Und dann wird einfach, wenn ich reingehe, schalte ich sie ein, gehe unter die Dusche und komme raus und habe sofort dieses angenehme Wärmegefühl. Und da brauchen wir auch über den Stromverbrauch gar nicht zu reden, weil die ist bei mir vielleicht zehn Minuten morgens, zehn Minuten abends an, aber hat eine unglaubliche Wirkung. Andere haben es im Wohnzimmer stehen, das haben wir vorhin auch gesehen. Auch dort kannst du wirklich die ganze Gesellschaft nochmal zusätzlich aufheizen. Und ohne den Raum aufzuheizen, das ist auch was ganz Wichtiges. Und du hast vorhin was Wichtiges gesagt wegen Allergikern. Du hast kein Gebläse. Es wird kein Staub aufgewirbelt oder ähnliches. Es kommt einfach nur, ja ähnlich wie Sonnenstrahlen, die Wärme durch bis in deine unteren Hautschichten. Ja, das ist wirklich ein Riesenvorteil, auch dass es natürlich nicht dieses Gebläsegeräusch die ganze Zeit macht. Aber Staub ist so eine Sache. Wir haben einen Heizlüfter zu Hause für unsere Kellerbade, da haben wir keine Heizung. Aber als wir den das erste Mal angemacht haben, haben wir erst mal, uiuiui, jetzt müssen wir erst mal lüften. Das ist wirklich hier Wärme, die eben nicht diesen Staub auffällt. Klar, wenn so ein Heizlüfter das ganze Jahr irgendwo in der Ecke steht, weil man ihn nicht braucht, dann kommt, dann sammelt sich da Staub und alles Mögliche. Hier, den kann man wirklich ganz bedenkenlos hier anmachen und dann hier eben zum Beispiel auch mal abends im Bett. Es ist ja so furchtbar, wenn man in so ein kaltes Schlafzimmer kommt, in die kalte Bettdecke, dann ist man erst mal wieder wach. Hier kann man das alles schön wärmen mit dieser tollen Infrarotheizstrahlersäule mit Oszillationen. Und wie gesagt, die Oszillation bedeutet, dass sie da eben auch einen größeren Bereich eben damit wärmen können. Ich finde den richtig klasse. Der steht auch bei euch in der Maske. Ihr seid gut ausgestattet bei euch. Ja, der steht zwischen Diana und mir und wir haben auch immer diese Oszillationsfunktion an. Das ist natürlich echt richtig toll, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Und gerade auch diese Infrarotwärme, die geht einfach durch die Haut durch. Und das finde ich so toll. Kennt man ja auch zum Beispiel von Wickeltischen, von Babys oder auch von Restaurants draußen, dass da auch solche Heizstrahler aufgebaut werden. Aber Sie bekommen jetzt natürlich hier in unserem großen Herbst wieder einen unfassbar tollen TV-Sonderpreis. Wir schauen uns natürlich erst mal den Preis bei Pearl.de an. Da wären wir bei 59 Euro. Ihr TV-Sonderpreis liegt da sehr, sehr deutlich drunter. Der liegt nämlich bei 29,99 Euro für diese Infrarotheizstrahlsäule mit Oszillationsfunktion. Die ist auch wirklich toll. Gerade auch dieser Kippschutz finde ich natürlich super. Also wenn Sie da mal irgendwie gegenkommen, schwupps, geht es dann eben auch schon aus. Da passiert dann gar nichts. Finde ich auch sehr wichtig, gerade wenn man Kinder oder auch Haustiere im Haushalt hat. Aber ja, wir frieren jetzt alle. Es wird, denke ich, auch noch kälter werden. Ich hoffe es natürlich auch, dass wir Schnee kriegen, aber dann kann man es sich innen trotzdem richtig gemütlich machen. Ja, darum geht es hier in dieser Sendung. Einerseits natürlich Herbst zählt. Sie kriegen Preise, wie sie noch nicht da gewesen sind. Aber jetzt gerade, es wird langsam richtig kalt, können Sie vorsorgen und sich trotzdem hier wohlig wärmen, hier mit dieser Infrarotheizstrahlersäule. Du hast absolut recht. Natürlich in Restaurants zum Beispiel, das sieht man ja auch immer wieder, wenn es draußen richtig kalt ist, haben die oben auch diese Infrarotheizstrahler, dass man trotzdem in der Wärme stehen kann. Die sitzen da teilweise ohne Jacke und man geht da vorbei und denkt, mein Gott, die müssen verrückt sein. Aber da haben die halt auch diese Infrarotheizstrahler. Jetzt kommen wir zu etwas, das ist schon mal für größere Räume. Das ist ein Infrarotraumschnellheizer, so heißt der hier. Der hat sechs dieser Infrarotröhren, sage ich mal, drin. Ich mache den mal an hier. Und der schafft es jetzt tatsächlich, Räume bis zu 25 Quadratmeter schnell aufzuheizen. Darum geht es. Es geht darum, Räume hiermit schnell aufzuheizen. Auch hier haben wir einen Komfort dabei. Wir haben verschiedene Stufen natürlich. Das lässt sich auch alles per Fernbedienung noch regeln. Den stellen Sie einfach irgendwo in Ihren Raum und Sie werden feststellen, dass der eben nun dadurch aufgeheizt wird. Hier haben wir auch wieder einen unglaublichen Preis. Diese Wärmegeräte, die wir Ihnen hier vorstellen, sind natürlich Saisonartikel. Klar, es wird jetzt gerade richtig kalt. Wir haben die aber trotzdem für Sie ein kleines Kontingent im Herbst-Sail zurückgelegt. Auch der hat, ich meine, der ist schon schwierig umzukippen, aber auch wenn man den umkippen würde, würde er dann sofort ausgehen. Ich denke mal, gerade für Schlafzimmer, bevor man ins Bett geht, im Wohnzimmer, wenn man nach Hause kommt und wenn man die Heizung anmacht, dann dauert das immer eine ganze Menge, kommt dann eine ganze, ist immer eine ganze Menge Kälte drin und eine normale Heizung. Die braucht ja dann schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde, bis so ein Raum aufgeheizt ist. Das hier ist ein Schnellheizer. Das heißt, im Nu wird Ihr Raum aufgeheizt. Das ist gigantisch, was wir hier haben. Was ich toll finde, also hier kommt eine enorme Wärme raus. Ich habe mich jetzt gerade mal angeschaltet. Es ist der Wahnsinn. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie auch diese Röhren, die man ja in verschiedenen Stufen zuschalten kann. Ich habe jetzt mal die Monika Wohlfühltemperatur gewählt. 26 Grad. Aber was ich faszinierend finde, das Gehäuse bleibt kalt. Das ist auch wichtig, wenn man es mal transportieren will. Und ich finde so Wärme unglaublich, gerade für größere Räume. Ich habe vorhin gesagt, die Heizsäule hier für mein Bad genau richtig, weil du stehst ja da in ein, zwei Meter Entfernung oder bewegst dich. Aber das hier für ganze Räume, die man schnell, richtig schnell heizen will. Sehen Sie hier diese Infrarotwärme. Ich glaube, man sieht die Wärme schon. Und wow, wow, kommt da jetzt schon eine Wärme raus, eine angenehme Wärme. Ingo, ich finde es der Wahnsinn. Und dieses ist mein Highlight, wirklich, wer größere Räume heizen will. Du hast von deinem Hobbykeller gesprochen, von deiner Bar, vielleicht mal ein Advents, wie soll ich jetzt sagen, Kamillentee trinken. Ja, vor allem, weißt du... Da ist das hier genau richtig. Das ist der Wahnsinn für 39,99 Euro. Wahnsinn. Ja, vor allem, du kriegst hier, ich sage mal, das ist ein Profigerät. Das ist kein Heizlüfter. Das ist richtig ein Schnellheizer. Und das kriegst du jetzt zum Preis, was du normalerweise für einen Heizlüfter ausgeben würdest. Du hast aber die ganzen Vorteile von der Infrarotwärme. Und das haben wir heute zu einem unglaublichen Preis für Sie. Wir schauen mal eben auf Pöll.de. Ja, Sie werden solche Preise kennen. 81 Euro. Und das ist schon sehr, sehr günstig. Den haben wir jetzt mehr als halbiert. 39,99 Euro. Und wer sich unter Infrarotwärme nichts vorstellen kann, da vielleicht schon mal beim Skifahren und an einem sonnigen Tag bei 0 Grad Außentemperatur fahren viele Skifahrer im T-Shirt. Nicht, weil sie so hart sind, sondern weil die Infrarotstrahlen oder die Strahlen der Sonne von innen die Wärme geben, ohne die große Lufttemperatur zu verändern. Und das ist hier mit Infrarotwärme ungefähr dasselbe Prinzip. Nur, dass sie nicht Skifahren gehen müssen und auch nicht rausgehen, sondern das ist für ihre Wohnungen. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie man die Wärme schon sieht. Schon allein, wenn man hinguckt, Sie werden das zu Hause bestätigen, wird Ihnen warm ums Herz und hier ist es noch wärmer und noch angenehmer und trotzdem ein kaltes Gehäuse, auch das ganz wichtig. Ja, auch wenn man hier mal vorbeigeht, man kann sich hier nicht dran verbrennen. Wenn Sie Haustiere haben, wenn Sie Kinder haben, dann wissen Sie das zu schätzen natürlich. Aber dieses Gerät heizt Ihren Raum in Windeseile auf, wie gesagt, bis zu 25 Quadratmeter. Wenn es ein bisschen mehr sind, würde ich mich auch nicht wundern, dass er das auch schafft, hier im Nu Wärme erzeugen mit unserem Großraumerhitzer, kann man fast schon sagen. Die Bestellung, da bin ich Ihnen noch schuldig, die NX1480 und die 569 für große Räume, meine absolute Empfehlung. Die Säule gerade auch fürs Bad genau richtig. Aber eins müssen Sie unbedingt bestellen, die Decke, in die sich hier Monika immer noch reinkuschelt. Das ist ein hundertprozentiger Volltreffer bei wirklich jedem, auch als Weihnachtsgeschenk gut geeignet. Also keine Zeit verlieren, sofort bestellen.